Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video hier auf Mr. Minecraft-Ben. Und hier geht es natürlich, wie es der Name sagt, hauptsächlich um Minecraft. Und zwar werden wir hier lernen, wie wir einen Online-Hamachi-Server erstellen. Dann werden wir hier lernen, wie wir einen Online-Server erstellen. Das heißt also auf der Seite minecraft.net. Und ja, dann werden wir halt viele Let's Plays machen über Minecraft, wie man dieses erstellt, dann Mods installieren und, und, und. Und im Hinterkopf, als ich, wie gesagt, schon den Channel erstellt hatte, ist mir eingefallen, dass ich noch andere Spiele Let's Playen könnte. Und, ja, wenn ich andere Spiele Let's Playe, werde ich das natürlich in andere Kategorien einfügen. Und, ja, lasst euch einfach überraschen, was ich für Spiele noch Let's Playe. Und dann würde ich erstmal sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt. Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch. Und dann werdet ihr auch nichts verpassen. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.